Richard David Precht Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Kapitel 4 Madrid Der Kosmos des Geistes Wie funktioniert mein Gehirn? Was ist die komplizierteste Sache der Welt? Eine schwierige Frage, aber für die Naturwissenschaft ist die Antwort eigentlich klar. Sie lautet das menschliche Gehirn. Zugegeben, von außen betrachtet ist es nicht besonders spektakulär. Es wiegt knapp drei Pfund, hat die Form einer aufgeblasenen Walnuss und die Konsistenz eines weichen Eis. Aber darin verbirgt sich der wohl komplizierteste Mechanismus im ganzen Universum. 100 Milliarden Nervenzellen funken darin herum mit bis zu einer halben Trillion Verbindungen. Ungefähr so viel, lautet ein bekannter Vergleich, wie die Anzahl der Blätter im Amazonas-Regenwald. Bis vor etwa 120 Jahren war das Innenleben des Gehirns nahezu unbekannt. Wer auch immer etwas über das Gehirn geschrieben und spekuliert hatte, hatte allenfalls mit der Taschenlampe in den Nachthimmel geleuchtet. Umso erstaunlicher, dass jener Mensch, der als erster die allgemeinen Funktionsabläufe des Gehirns zu deuten wusste und seine grundlegenden Mechanismen entschlüsselte, heute ein nahezu unbekannter Mann ist. Gäbe es eine objektive Aufstellung der bedeutendsten Forscher und Denker des 20. Jahrhunderts, der Name Santiago Ramón y Gajal dürfte nicht darin fehlen. Stattdessen aber gibt es nicht einmal eine deutschsprachige Biografie. Ramón y Gajal wurde 1852 in Petilla de Aragon in der spanischen Provinz Navarra geboren. Er war acht Jahre jünger als Nietzsche und zur Zeit von Ramón y Gajals Geburt und seiner frühen Kindheit arbeitete Darwin in Down by London gerade an seinem großen Buch über die Entstehung der Arten. Dass er selbst etwas mit Biologie zu tun haben sollte, war nicht abzusehen. Schon früh wollte er Maler werden. Um den menschlichen Körper zu studieren, grub er als junger Mann gemeinsam mit seinem Vater Knochen aus einem ehemaligen Friedhof aus. Ramón y Gajals Vater hatte eine Stelle in der anatomischen Abteilung des Krankenhauses von Saragossa und praktizierte dort als Chirurg. Die Beschäftigung mit den Knochen führte Ramón y Gajal schließlich von der Malerei zur Anatomie. Der große Darwin hatte einst sein Medizinstudium abgebrochen, weil er sich davor ekelte, Leichen zu sezieren. Als Ramón y Gajal hingegen daran ging, Leichen zu untersuchen, fing er richtig Feuer. Schon mit 21 Jahren wurde er Arzt, weil er besonders fasziniert war von Leichen und Skeletten, ging er zur Armee. In den Jahren 1874 bis 1875 nahm er an einer Expedition nach Kuba teil und infizierte sich dabei mit Malaria und Tuberkulose. Nach seiner Rückkehr wurde er Assistenzarzt an der medizinischen Fakultät der Universität Saragossa. 1877 promovierte ihn die Universität Complutense in Madrid. Als Professor für Beschreibende und generelle Anatomie an der Universität Valencia entdeckte er nach und nach den Zauber des Gehirns. Wieso hatte sie noch nie jemand nach allen Regeln der Kunst ganz detailliert mit dem menschlichen Gehirn beschäftigt? Was bislang erforscht war, war nur die grundsätzliche anatomische Gliederung von Hirnregionen. Ramón y Gajal fasste einen sehr ehrgeizigen Plan. Er wollte die Vorgänge im Gehirn verstehen und eine neue Wissenschaft begründen, die er rationale Psychologie nannte. Stück für Stück betrachtete er das Zellgewebe des menschlichen Gehirns unter dem Mikroskop und zeichnete alles, was er dort sah. 1887 wechselte er als Professor für Histologie und Pathologie an die Universität Barcelona und 1892 an die Universität Complutense Madrid, die größte und bedeutendste Universität Spaniens. 1900 wurde er dort überdies Direktor des Nationalen Hygieneinstituts und der Investigaciones Biologicas. Eine Fotografie, zeigt Ramón y Gajal in seinem Madrider Arbeitszimmer mit einer völlig überfüllten Bibliothek. Den Kopf in die rechte Hand gelegt, blickt er mit struppigem Bart andächtig auf ein menschliches Skelett. Ein anderes Foto zeigt ihn in ähnlicher Haltung in seinem Labor in einem orientalisch anmutenden Kittel und mit einer magrebinischen Mütze. Seine Augen sind tief und dunkel. Man würde ihn tatsächlich eher für einen Maler halten als für einen Wissenschaftler. Im Alter bekam sein Gesicht einen beeindruckenden, finsteren Zug. Eine Erscheinung wie die eines zwielichtigen Hollywood-Schurken. Ein Wissenschaftler mit dem Teufel im Bunde. Aber Ramón y Gajal war alles andere als ein Finsterling. Seine Zeitgenossen schätzten und mochten ihn sehr. Er war bescheiden und großzügig, mit einem warmen Humor und von großer Gelassenheit. Ramón y Gajal untersuchte ausschließlich tote Gehirne von Menschen und Tieren. Für Forschungen an lebenden Gehirnen war die Zeit Ende des 19. Jahrhunderts noch nicht reif. Natürlich war das eine Krux, denn wie sollte man wissen, wie das Gehirn funktioniert, wenn man diese Vorgänge gar nicht in Aktion beobachten konnte? Doch Ramón y Gajal schaffte Verblüffendes. Das einzig, wenn man so will, Dämonische an ihm war seine enorme Fähigkeit, tote Nervenzellen zum Leben zu erwecken. In seiner Fantasie war er ein sympathischer Frankenstein, denn er beschrieb die Abläufe in den Gehirnzellen, die er unter dem Mikroskop sah, als ob er ihnen tatsächlich bei der Arbeit zusah. In seinen Aufsätzen und Büchern ist in lebhaften Beschreibungen von einem munteren geschehen die Rede. Die Nervenzellen fühlen, handeln, hoffen und streben. Eine Nervenzelle tastete mit ihrer entstehenden Faser umher, um eine andere zu finden. Auf diese Weise beschrieb Ramón y Gajal die Feinstruktur und legte das Fundament für die moderne Erforschung des Nervensystems im Gehirn. In seiner langen Forschertätigkeit schrieb er 270 wissenschaftliche Aufsätze und 18 Bücher. Sie machten ihn zum bedeutendsten Hirnforscher aller Zeiten. Im Jahr 1906 erhielt er den Nobelpreis für Medizin. Ramón y Gajals Forschungen waren deshalb so bedeutend, weil Nervenzellen im Gehirn völlig anders aussehen als normale Körperzellen. Ihre seltsamen unregelmäßigen Formen mit den vielen feinen Fortsätzen waren der Wissenschaft zuvor völlig schleierhaft. Ramón y Gajal zeichnete diese Zellen in sehr genauen Bildern, sorgfältige Skizzen mit seltsamen Spinnwebmustern und die meisten seiner Gebilde sehen wie kleinteilige Algen aus. Obwohl er keinen der wichtigen und bis heute gültigen Begriffe selbst prägte, beschrieb er die Elemente des Nervensystems im Gehirn so präzise wie niemand zuvor. Er zeichnete und erklärte die Nervenzellen, die Neuronen und die mehr oder weniger langen Fäden zu beiden Seiten des Neurons, die Axone. Die Verästelungen des Axons, die Dendriten, wurden das erste mal ganz genau beschrieben und für die Kommunikationsstellen der Nervenzellen am Ende der Dendriten übernahm er ein Wort seines kongenialen englischen Kollegen Charles Scott Sherrington, die Synapsen. Mit seinen ungemein sorgfältigen Studien hatte Ramon Igachal so etwas wie das Alphabet der Nervenzellen im Gehirn entdeckt. Aber die entsprechende Hirngrammatik und noch mehr die gesprochene Sprache seiner Neuronen, die Arbeit der von ihm sogenannten neuronalen Schaltkreise, musste er sich fantasievoll dazudenken. Vieles von dem, was Ramon Igachal vermutete, erwies sich später als richtig. Die wichtigste dieser Annahmen war, dass die Nervenströme auf ihrem Weg durch das Gehirn und das Rückenmark immer nur in eine Richtung fließen. Die Synapsen der einen Nervenzelle kommunizieren mit den Synapsen einer anderen. Aber diese Nervenbahnen sind Einbahnstraßen und die Richtung eines Nachrichtenflusses ist immer unumkehrbar. Wie freilich die Kommunikation der Synapsen funktioniert, konnte Ramon Igachal mit seinen toten Gehirnen nicht zeigen. Sie verrieten nichts über die elektrische und die chemische Aktivität. Er wusste aber, dass diese Signalübertragungen stattfanden. Der deutsche Physiologe Otto Löwi hatte 1921 das erste Mal nachgewiesen, wie Nervenimpulse von einer Synapse mithilfe eines chemischen Botenstoffs in eine andere wandern. Aber Ramon Igachal konnte sie nicht sehen. Ramon Igachal starb 1934 im Alter im Alter 82 Jahren. Während in den drei Jahrzehnten nach seinem Tod Wissenschaftler in Europa, in den USA und in Australien die grundlegenden Mechanismen der elektrochemischen Signalübertragung im Gehirn erforschten, widmeten sich andere der genaueren Interpretation der einzelnen Hirnareale. Was im Gehirn war wofür zuständig und warum? Berühmt wurde dabei vor allem das Modell des US-Amerikaners Paul McLean aus den 1940er Jahren, der das Gehirn des Menschen sehr übersichtlich einteilte. Da der Mensch sich aus niederen Tierformen entwickelt hatte, rechnete McLean die verschiedenen Hirnregionen des Menschen unterschiedlichen Stufen seiner Entwicklung zu. Danach bestand das Hirn eigentlich aus drei Gehirnen. Das erste ist ein stammesgeschichtlich altes Reptilien-Gehirn. Es besteht hauptsächlich aus dem Hirnstamm und dem Zwischenhirn. Das Reptilien-Gehirn ist die niedrigste Form des Gehirns. Hier befinden sich angeborene Instinkte, es ist wenig lernfähig und untauglich für alles Soziale. Das zweite Gehirn ist das frühe Säugehirn. Es entspricht dem limbischen System. Hier sollen nicht nur Triebe und Emotionen zu Hause sein, sondern es ist, wie McLean meint, zugleich der erste Versuch der Natur, ein Bewusstsein und ein Gedächtnis zu entwickeln. Das dritte Gehirn ist das entwickelte Säugehirn und entspricht dem Neokortex als Sitz von Vernunft, Verstand und Logik. Das entwickelte Säugehirn arbeitet ungeachtet der stammesgeschichtlich älteren Gehirnbereiche. Denn McLean meinte, dass diese Dreiteilung sehr strikt sei. So etwa gäbe es zwischen dem limbischen System und dem Neokortex nur wenige Verbindungen. Gefühle und Verstand seien streng geteilt in zwei verschiedene Gehirne. Ein Grund, warum wir unsere Gefühle mit dem Verstand so schlecht kontrollieren könnten. McLeans Aufräumarbeiten im Gehirn wurden sehr populär und sie waren auch leicht verständlich, so wie die Philosophen seit zwei Jahrtausenden tierische Instinkte, höhere Gefühle und die schlaue menschliche Vernunft voneinander unterschieden hatten, so hatte auch McLean mit relativ leichter Hand das Gehirn dreigeteilt. Allein McLeans Theorie, die bis heute in vielen Schulbüchern steht, ist falsch. Es gibt keine Dreigehirne im Gehirn, die weitgehend unabhängig voneinander arbeiten. Und auch die schlichte Vorstellung, dass die Dreigehirne in der Entwicklung vom Reptil zum Menschen nacheinander entstanden sind, ist so nicht richtig. Denn auch Reptilien haben bereits ein limbisches System, das dem des Menschen recht ähnlich ist, und sie besitzen ebenfalls ein Endhirn, eine wenngleich schlichtere Variante dessen, was bei den Säugetieren den Neokortex ausmacht. Das Wichtigste aber ist, dass die Verbindungen zwischen den Komponenten Hirnstamm, Zwischenhirn, Kleinhirn und Großhirn sehr eng sind. Sie sind nicht einfach aufeinander draufgesattelt, wie Maclean nahegelegt hatte. Die intensive und vielseitige Verbindung ist überaus wichtig, denn nur sie erklärt die Art und Weise, wie unsere Instinkte, unser Fühlen, Wollen und Denken tatsächlich funktionieren. Vieles von dem, was die Hirnforscher in den letzten 100 Jahren über unser Gehirn vermutet haben, hatte nur eine begrenzte Haltbarkeit. Eigentlich hatte schon der französische Physiologe Jean-Pierre-Marie Florent, später ein entschiedener Gegner Darwins, in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts festgestellt, dass im Gehirn vieles mit vielem zusammenhängt. Er hatte nach und nach verschiedene Gehirnteile von Versuchstieren, vor allem von Hühnern und Tauben, entfernt, um zu sehen, welche Funktionen anschließend ausfielen. Zu seinem Staunen merkte er, dass nicht einzelne Fähigkeiten nachließen, sondern dass viele auf einmal schlechter wurden. Ungefähr so wie bei dem Computer HAL in Stanley Kubricks Film Odyssee 2001, der mit jeder ausgeschalteten Stromtaste langsamer und schwerfälliger, aber offensichtlich nicht viel dümmer wird. Florent erkannte, dass die alte Vorstellung von Hirnarealen, die nur für ganz bestimmte Fähigkeiten wie Rechnen, Sprechen, Denken oder Erinnern da sein sollten, falsch war. Wobei er allerdings umgekehrt übertrieb, als er nun meinte, dass im Gehirn alles für alles zuständig sei. Die Generation nach Florent und vor Ramon Egeral war deshalb vor allem damit beschäftigt, die Areale und Zentren des Gehirns wieder nach grundsätzlichen Funktionen abzusuchen und zu sortieren. Wer etwas auf sich hielt, zeichnete einen Hirnatlas. Die spektakulärsten Entdeckungen machten dabei der französische Anatom Paul Broca und der deutsche Neurologe Karl Wernicke. Als sie unabhängig voneinander die beiden verschiedenen Sprachzentren des Menschen fanden, 1861 das Broca-Areal für die Lautartikulation und 1874 das Wernicke-Areal für das Sprachverstehen. Das Gehirn wird heute in den Hirnstamm, das Zwischenhirn, das Kleinhirn und das Großhirn eingeteilt. Der Hirnstamm bildet den untersten Gehirnabschnitt in der Mitte des Kopfes und besteht aus dem Mittelhirn, der Brücke und dem Nachhirn, verlängertes Mark. Der Hirnstamm verschaltet Sinneseindrücke und koordiniert unsere automatisierten Bewegungsabläufe wie Herzschlag, Atmung und Stoffwechsel und unsere Reflexe, wie etwa Augenzwinkern, Schlucken und Husten. Das Zwischenhirn ist ein ziemlich kleiner Bezirk oberhalb des Hirnstamms. Es besteht aus dem oberen Teil des Thalamus, dem Hypothalamus, dem Subthalamus und dem Epithalamus. Seine Rolle ist weitgehend die eines Vermittlers und eines emotionalen Gutachters. Es nimmt Sinnes-Eindrücke wahr und leitet sie an das Großhirn weiter. Als ein sensibles System aus Nerven und Hormonen steuert das Zwischenhirn unser Schlafen und Wachen, unsere Schmerzempfindungen, die Regulation unserer Körpertemperatur, aber auch die Triebe wie zum Beispiel unser Sexualverhalten. Das Kleinhirn beeinflusst maßgeblich unser Bewegungsvermögen und unser motorisches Lernen. Bei anderen Wirbeltieren ist es weiter stärker ausgeprägt als beim Mensch, vor allem bei Fischen, deren Bewegungsabläufe in gewisser Weise anspruchsvoller zu sein scheinen als bei Menschen. Bei uns übernimmt das Kleinhirn zusätzlich auch noch Aufgaben bei kognitiven Leistungen, beim Sprechen, bei sozialem Verhalten und beim Erinnern, die allerdings unbewusst ablaufen. Das Großhirn liegt oberhalb der drei anderen Regionen. Beim Menschen ist es mehr als dreimal so groß wie die anderen Hirnteile zusammen. Es lässt sich in zahlreiche Regionen einteilen, die sich in die einfacheren sensorischen Areale und die höheren assoziativen Areale gliedern lassen. Alle geistigen Hochleistungen des Menschen hängen zwingend von der Aktivität des assoziativen Kortex ab, allerdings niemals von ihm allein. Die Leistung unseres Gehirns ist abhängig von dem, was wir erleben. Das wusste schon Immanuel Kant, als er in der Einleitung seines Hauptwerkes der Kritik der reinen Vernunft als ersten Satz schrieb, dass alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anfange, daran ist gar kein Zweifel. Denn wodurch sollte das Erkenntnisvermögen sonst zur Ausübung erweckt werden, geschehe es nicht durch Gegenstände, die unsere Sinne rühren und teils von Selbstvorstellungen bewirken, teils unsere Verstandestätigkeit in Bewegung bringen, diese zu vergleichen, sie zu verknüpfen oder zu trennen und so den rohen Stoff sinnlicher Eindrücke zu einer Erkenntnis der Gegenstände verarbeiten, die Erfahrung heißt. Dabei bestimmt unsere Aufmerksamkeit über unser Fühlen und Denken, so wie umgekehrt unser Fühlen und Denken unsere Aufmerksamkeit bestimmt. Menschen können sich immer nur auf eines einlassen, wenn auch mitunter in schneller Abfolge. Auch das sogenannte Multitasking bedeutet nicht, sich auf mehrere Dinge auf einmal konzentrieren zu können, sondern nur sehr schnell hin- und herzuschalten. Die Reichweite unserer Aufmerksamkeit ist dabei vielfach begrenzt, und zwar nicht nur durch unsere biologischen Wahrnehmungsmöglichkeiten, sondern auch durch unsere begrenzte Kapazität. So richtig es ist, dass Menschen nur einen Bruchteil ihrer Nervenzellen im Gehirn benutzen, so schwierig ist es doch, diesen Anteil auszuweiten. Unsere Aufmerksamkeit reicht nämlich nur für eine begrenzte Aktivität im Gehirn aus, sodass sich das eine immer auf Kosten eines anderen ausbreitet. Mein vier Jahre alter Sohn Oskar interessiert sich in sehr starkem Maße für Tiere und kann ohne Schwierigkeit zahlreiche Dinosaurier aufzählen und Ohrenrobben von Hundsrobben unterscheiden. Aber er tut sich noch immer sehr schwer damit, ein T-Shirt anzuziehen. Es ist nicht die Summe unserer Nervenzellen, sondern es ist die Spanne unserer Aufmerksamkeit, die unser Lernvermögen eingrenzt. Immerhin wissen wir heute skizzenhaft, wie Aufmerksamkeit gebildet wird und was neurochemisch passiert, wenn wir etwas lernen. Dass wir diese und andere elementare Abläufe im Gehirn heute kennen und auch die Funktion einzelner Hirnareale ganz gut bestimmen können, verdankt die Hirnforschung dem technischen Fortschritt ihrer Messgeräte. Ramon Igachal hatte noch erleben dürfen, wie der deutsche Psychiater Hans Berger 1929 die Elektroenzephalographie EEG erfand. Es wurde endlich möglich, die Spannungen der elektrischen Ströme zu messen, die im Gehirn fließen. In den 50er Jahren verbesserte man dabei die Elektroden. Mithilfe sensibler Mikroelektroden verfeinerte man das Messfeld so stark, dass sich selbst die Aktivität einzelner Neuronen beobachten ließ. Der nächste Schritt war die Erforschung von Magnetfeldern. Wie alle elektrischen Ströme, so bilden auch die Hirnströme ein Magnetfeld. Seit den 60er Jahren messen empfindliche Magnetfeldsensoren diese Felder und berechnen die Stromquellen im Gehirn. Auf diese Weise zeigt die Magnetenzephalographie MEG, wo das Gehirn gerade besonders aktiv ist. In den 70er und 80er Jahren kamen weitere Verfahren hinzu, die die gerade entdeckten neurochemischen Vorgänge im Gehirn messbar machten. Seit den 90er Jahren schließlich ist die Hirnforschung im Besitz schöner, bunter Bilder vom Gehirn. Heute liefern sogenannte bildgebende Verfahren wie die Röntgencomputertomographie und die Kernspintomographie fantastische Einsichten in unsere Hirnprozesse. Wo früher allein elektrische oder chemische Vorgänge gezeigt werden konnten, messen die neuen Verfahren den Blutfluss im Gehirn und liefern dazu hochauflösende Bilder. Die Enträtselung des limbischen Systems, des Stammsitzes unserer Emotionen und Gefühle geriet dadurch überhaupt das erste Mal in den Blick der Forschung. Nicht wenige Hirnforscher sind so begeistert von ihren neuen Möglichkeiten, dass sie glauben, ihre Forschung würde die Philosophie und vielleicht auch die Psychologie über kurz oder lang arbeitslos machen. Der Hirnforscher William Kelvin von der University of Washington in Seattle hat dafür ein passendes Bild. Wenn er vom Traum des Hausmeisters spricht, Der Hausmeister, so Kelvin, fühlt sich in seinem dunklen Kellergeschoss nicht wohl. Sein sehnlichster Wunsch ist ein Sprung am liebsten hoch bis ins helle Dachgeschoss. So ähnlich geht es jenen Hirnforschern, die von den Zellen und Proteinen des Gehirns mit leichtem Sprung gerne in die Philosophie springen möchten. Doch die Kluft zwischen Proteinen und Sinn ist gewaltig. Selbst wenn sich die Hirnforschung auf einem guten Weg weiß, die Hirnzentren und Hirnfunktionen zu enträtseln, der Mechanismus, der Geist erzeugt, Sinn und Verstand ist noch lange nicht entschlüsselt. Stattdessen wissen wir zurzeit mehr darüber, was wir nicht wissen, als über das, was wir wissen. Je mehr wir über das Gehirn lernen, umso komplizierter erscheint es uns. Das größte Rätsel geben uns dabei die ganz persönlichen Zutaten des Bewusstseins auf, unsere ganz subjektiven Erlebnisse. Warum sich etwas für uns auf eine ganz bestimmte Weise anfühlt, ist nach wie vor unser großes Geheimnis. Persönliche Gefühle und Leidenschaften lassen sich nicht mit allgemeinen neurohemischen Erkenntnissen erklären. Weder Messapparate noch psychologische Gespräche dringen in diese Erlebnisqualität ein und machen sie sichtbar. Als Louis Armstrong einmal gefragt wurde, was Jazz sei, antwortete er sehr treffend, wenn du erst fragen musst, wirst du es nie verstehen. Subjektive Erlebniszustände sind und bleiben unzugänglich auch für die Hirnforschung. Denn beim Abspielen eines Jazzstücks zeigt der Kernspintomograph zwar, dass in bestimmten emotionalen Zentren meines Gehirns eine erhöhte Blutzufuhr stattfindet, aber er zeigt weder, wie es sich anfühlt, noch warum es sich so anfühlt. Gleichwohl gilt heute die Hirnforschung als jene Disziplin, die für die Grundlagen unseres Erkennens und unserer Selbstvergewisserung zuständig ist. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Verglichen mit der Philosophie gehen von der Hirnforschung heute viel mehr spannende Impulse aus. Die Frage ist nur, ob wir ohne Hilfe der Philosophie damit etwas anfangen können. Immerhin ist die Erforschung des Gehirns ein sehr eigentümliches Unterfangen. Denn genau genommen versuchen menschliche Gehirne etwas über menschliche Gehirne herauszufinden. Das heißt, ein System versucht, sich selbst zu verstehen. Das Gehirn ist dabei sowohl das Subjekt wie das Objekt der Untersuchung, eine prekäre Situation. Machen Hirnforscher mit einer anderen Methode damit nicht das gleiche, wie die Philosophen, die seit 2000 Jahren versuchen, denkend, das eigene Denken zu verstehen? Sich denkend zu ergründen und dabei nach Möglichkeit auch noch beim Denken zu beobachten, war lange die vorherrschende Methode zur Erforschung des menschlichen Geistes. Ihre moderne Zuspitzung fand sie vor knapp 400 Jahren an einem denkwürdigen Winterabend. Ein Winterabend im Dreißigjährigen Krieg. Woher weiß ich, wer ich bin. Danke fürs Zuhören. Schreibt mir doch einfach in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Oder auch wenn ihr Anregungen oder irgendwelche Wünsche habt. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, oder das nächste Kapitel, abonniert einfach meinen Kanal. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.